Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys, das DAX-Analyse für Donnerstag, den 11.04.2024 und es darf die Frage gestellt werden, ob unser DAX denn hier tatsächlich schon ein bisschen wie aufgegeben hat, denn er wirkt recht wackelig auf den Füßen. Wir haben zu den US-Daten hier einen deutlichen Rutscher drin gehabt, sehr dynamisches Wegklatschen und ich muss sagen, das ist ja schon fast auffällig, denn das Szenario war, wenn ich jetzt mal die letzten drei, vier Wochen durchgucke, wahrscheinlich der einzige Tag, wo das so nicht beschrieben war. Wir haben ein dynamisches Abdrehen und Durchschieben, haben wir besprochen, wenn es von der 18.100 kommt und er hier neue Tiefs durchschnaubt, weil dann wäre es bis 17.80 durchgefallen, hätte es sich quasi einmal durch die 18.000 durchgebrochen. Wir haben darüber gesprochen, was passiert, wenn er hier hochzieht. Ich habe gesagt, er wird wahrscheinlich in diesen offensichtlichen Rücklaufbereich hier 18.2.20 reingehen, aber dann eben bestimmt auch höher. Von daher bin ich schon fast froh, dass wir unsere Elisa mit dem Tech Profit hier noch rausgekriegt haben, aus ihrem Long, bevor dann die Bude eingefallen ist, denn so richtig oben raus wollte der gar nicht. Der hat hier nicht weitergezogen, hat es hier runtergeschnaubt und dann eben das neue Tief durchgetreten, den einen oder anderen sich ausgeschnaubt und einen kraftvollen Eindruck hinterlassen. Also die ganzen Tage, muss man sagen, sehen sehr, sehr dynamisch aus, wirken sehr kraftvoll. Von daher ist es immer mal wichtig, auch die Bewegung ins Verhältnis zu setzen. Und wenn wir hier die letzte Aufwärtsbewegung nehmen und die jetzt einfach mal hier daneben legen, neben die Abwärtsbewegung, stellen wir trotzdem fest, dass auch wenn es momentan sehr kraftvoll und sehr dynamisch wirkt, der Markt eigentlich hoch zu auf der gleichen Strecke in der gleichen Zeit fast sogar mehr Punkte gemacht hat, als das, was er jetzt runterzumacht. Und das ist für uns als technische Analysten in dem Sinne wichtig, weil dieses starke Gegenlaufen, was wir immer wieder sehen, in vielen technischen Analysemethoden sogar ein elementarer Bestandteil darin ist, zu bestimmen, ob wir eine Trendbewegung haben oder eine Korrekturbewegung. Ja, also auch, wenn man in die Elliot-Wellen-Theorie oder sonst was reingeht, ist dieses Schneiden der Bewegungswellen hier eigentlich ein typischer Ausdruck dafür, dass noch zu viele Käufer im Markt sind, die diese kurzfristigen Rücksetzer direkt zum Einstieg nutzen, weil sie es als günstige Kaufgelegenheit wahrnehmen, bevor die nächsten Hochs wiederkommen. Das ist quasi der psychologische Ausdruck hinter dem, was wir hier sehen und deswegen bezeichnet man eine solche Bewegung oft als korrektives Marktverhalten oder korrektive Marktbewegung, die anschließend, so heißt es in der Theorie, dynamisch auf der Gegenseite aufgelöst wird. Gegenseite wird er heißen, steigt er aus diesem Korrekturmuster dynamisch dann nach oben raus. Da fehlt mir jetzt ein bisschen die Fantasie, wie das dann aussehen soll, weil ich finde, der macht das nicht schlecht, drunter zu. Der haut schon ordentlich auf die Kacke. Ja, aber er wird halt auch immer wieder so krass wieder zurückgezogen. Und von daher bin ich sehr zum Donnerstag gespannt, wie er das jetzt dreht und biegt, denn Donnerstag, Freitag sind oft die Tage, die in der rote Wochenkerze nochmal ein bisschen gerade bügeln und versuchen zu retten. Und ich bin ultra gespannt, wie er auf ein neues Tief reagiert, weil man muss hier ganz klar sagen, wenn der jetzt von der 18100, die er jetzt hier im Rücklauf angelaufen hat, und jetzt eine schöne schnaubende rote Stundenkerze nach unten wirft, kann der locker noch ein neues Tief erreichen. Ja, also wenn er hier rot nach unten anschnauft, zum Donnerstag kann er locker das neue Tief erreichen, aber wenn er das neue Tief wieder nicht annimmt und er stellt sich hier unten eine grüne Stundenkerze hin, dann kann das sein, und das habe ich ja gestern gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass wir Donnerstag, Freitag hier oben nochmal reinstechen, dass er das wirklich noch macht, von da unten. Ja, dass er hier unten Schwung holt und dann einfach hier bis Freitag hochnagelt, die nahm schon noch als das war, ja, vielleicht nicht so mit so einem starken Momentum, aber mit mehr Ausdauer, ja, eher so auf dem Niveau, wie die Bewegung hier war und eben nicht wie die hier war, dass er dann sich Donnerstag, Freitag hier eben noch einen ganzen Meter hochzieht und dann schon am Freitag über eine 2,50, äh, Entschuldigung, am Donnerstag schon über eine 2,50 drüber kommt, selbst wenn er hier das Tief unterbietet. Ja, also grundsätzlich gehen wir unter 18,100 stramm nach unten, wäre es richtig, erst mal primär vielleicht sogar mit einem Short zu denken, denn diese kleine Bewegung ist abwärtsgerichtet, wir haben fallende Hochs, wir haben fallende Tiefs und das konsequent ohne eine Einzige des Wenn- und Aber. Ja, es wäre also sogar richtig, sich einen Short zu suchen, aber wenn der auf einem neuen Tief nur nach oben schnaupt, würde ich persönlich Short rausnehmen, wenn ich Short drinne hätte, Short rausnehmen, würde vielleicht sogar auf der Long-Seite probieren. Was ich aber auf keinen Fall mache, ist einfach so pauschal Long-Tiefs reinzuhauen, zu sagen, äh, ich steige dir eh wieder bis 18,400, ähm, und dann keinen Stop-Loss zu setzen oder so, sondern ich würde mich immer unter dem jeweiligen Tief, wo ich Long probiere, dann auch absichern, weil wenn er das nämlich nicht gedreht kriegt und er setzt so ein Umkehrsignal und kriegt es sich verwandelt und er bricht sich nach unten immer weiter in den Fuß, dann fällt er auf 17,880 und 17,800 weiter am Donnerstag. Und deswegen wäre es vielleicht gar nicht so verkehrt, ähm, provisorisch, vielleicht sogar rote Stunden, schnaubende rote Stundenkerzen sogar eher als Short-Einstieg zu nutzen und dann zu gucken, wie bewegt er sich an dem Tiefs. So könnte man durchaus auch angehen, ja, dass man sagt, man probiert sich nach unten eher abzusichern, für weiteres Wegziehen nach unten, weiteres Wegdrücken nach unten, ähm, und guckt dann einfach an den Tiefs, wie er bewegt. Gibt es dann einen Grund, einen Short abzubrechen, kann man den da rausnehmen, kann vielleicht sogar auf Long wechseln, gibt es aber keinen Grund und der Markt bleibt schwach, dann kann man ruhig auf eine 17,880, 17,800 hintraden schon mal. Das wäre aus der Marktkonstellation vollkommen nachvollziehbar, aber dennoch, es ist korrektiv, ich möchte das nicht kleinreden, dass der druckvoll auch nach oben schnell kontern kann aus so einer Situation, sondern er tut das ja. Er läuft hier jedes Mal immer wieder stark zurück und auch diese Bewegung, die wir hier hatten, hoch in die 2,20, der kam ja von 18,60 schon. Das war schon ein ordentliches Stück, was hier nach oben rübergezogen hat, ne, in die 2,40 da rein. Das war schon auch wieder gut gegengekontert. Das einzige, wo er jetzt nicht gut gegengekontert hat, ist die Bewegung, jetzt vom letzten Tief weg. Ja, und deswegen wäre ich vorsichtig, wenn er da jetzt rot anschnaubt, hätte durchaus das Zeug sich ein bisschen zu strecken, aber wenn er nach oben zieht, also ich traue ihm zum Donnerstag locker zu, dass er auch über eine 18,250 kommen kann und wenn er das macht, dann kriegt man am Freitag wahrscheinlich sogar eine 18,400 präsentiert. Und das ist eigentlich so die Kernaussage, die ich mitgeben kann, aus dem, mal ein bisschen aus der Erwartung gelaufenen Mittwoch, der aber trotzdem gut in den Marken geblieben ist. Ja, ich unterschätze hier das Rücklaufrisiko nicht, das heißt, wenn ich grüne Stundenkerzen reinkriege, würde ich direkt auch nochmal Long freigeben, auch am Donnerstag, wenn der sich schön schnaubt. Ja, aber wenn er runterdrückt und er macht sich hier, dann mache ich Piano, gucke mir das an, wie er am Tief reagiert und im Zweifel darf der dann bis 17,8, 80, 17,8 und würde ich sogar Shortfleisch freigeben, ja. Wenn er hier auf roten Kerzen durchschnaubt, ich würde ihn vielleicht sogar Short freigeben. Ja, ich denke, das wird sich schön, ähm, ich denke, das wird man trotzdem, auch wenn die Analyse so ein bisschen klingt, wie, das kann ja alles passieren, es kann oben, es kann unten, aber man kann, man erkennt es ja, man erkennt im laufenden Tage, wie der sich bewegt, ja, da bin ich, da gehe ich fest von aus, ja, dass er es schön machen wird und sich hier schön lang schiebt. Ähm, ja, und dann gucken wir mal, gucken wir mal hier an dem Tief, wie er sich verhält, das wäre in einem negativen Fall, die wichtigste Schneidestelle, da schicke ich auf jeden Fall nochmal ein Update rum dann, für die, die hier, äh, Verteiler-Nachrichten bei uns mitbekommen und, ähm, da kriege ich von mir auf jeden Fall nochmal eine, 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 eine Nachricht, ein Update und, ähm, ansonsten, ja, wenn du hoch drückst, ich traue mir das locker zu, über 2, aus der Konstellation heraus, definitiv auch zum Freitag dann noch einen Satz oben drauf zu setzen, definitiv, definitiv, na, ich würde mich eben, ich würde mich nicht in die rote Gewalt rein long stellen, nur aus Prinzip, nur weil es korrektiv ist und weil es bestimmt eh nach oben auf, das wird sich auch nicht machen, ne, dafür, dafür hat er zu viel Kraft und bringt zu viel Kohle rein, ja, wir gucken mal, spannend, auf jeden Fall spannend, ist, äh, schwächer die Woche, hier stand jetzt schon, als ich es eigentlich erwartet hätte, ja, also gerade nach so einem Umkehrsignal auf Wochenebene, wie wir das jetzt drin hatten, ist es ungewöhnlich, dass der DAX schon in der Folgewoche direkt in die Verwandlung reingeht, ja, wahrscheinlich, haben wir auch hier zu viele gegengekauft, ne, deswegen auch so viel Momentum immer wieder gegengekommen oder zumindestens Zuversicht, äh, weil es auch ungewöhnlich für den DAX ist, dass es so jetzt da doch ein bisschen sich versucht freizumachen, ich fürchte bloß, dass es sich jetzt zu viel, also zu verausgabt halt, ne, dass die Verkäufer sich mit ihrem kraftvollen Schlägen zu sehr verausgaben und damit an Kraft verlieren, wenn der wieder auftritt, den dann wieder in den Zaum zu kriegen und er dann einfach nur wieder auf neues Allzeithoch rüberläuft, das wäre schade, jetzt wo man mal so ein schönes Umkehrsignal im Wochenschart drin hat, da könnte man ja auch mal mehr draus machen, könnte mal weiter fallen, länger fallen, tiefer fallen, ja, aber wenn die sich jetzt hier zu verausgaben, durch dieses, durch dieses kraftvolle, wegblitzen, so irgendwelche Nachrichten, so, und Öffnungszeiten und Fenstern, wird der alles genutzt, hier jetzt um den ein bisschen nach unten zu, zu, gerade zu bügeln, ähm, ja, ich hoffe nicht, dass die sich verausgaben, das wäre schade, ich fände das schon schön, wenn er ein bisschen mehr korrigiert, ja, aber wir gucken uns das genau an, das handelt den auch knallhart lang, wenn der das jetzt hier nicht gestanden kriegt und die ziehen den oben wieder raus, dann, dann hat er Pech gehabt, dann, dann wurde er halt nicht gestartet, ja, als weder, wir können uns das zum Glück aussuchen, gut, ich hoffe, ihr könnt trotzdem was mit anfangen, ähm, Donnerstag, wie gesagt, sind ja auch auf beiden Seiten immer wieder stark aktiv, das heißt, ähm, es ist auch gut, auf beiden Seiten sich vorzubereiten und zu betrachten, gucken wir mal, was daraus macht, viel Erfolg, hören wir uns morgen wieder, bis dahin, tschüss! Tschüss!